Wird man wissen, wie lange man im Höllenfeuer verweilt? Nein, keiner weiß das. Das weiß nur Allah. Niemand kann dir sagen, wie lange man verweilt. Und weiß man, in welche Paradiesstufe man hereinkommt? Auch das weiß man nicht. Das sind Sachen, die Allah festgelegt hat. Aber das ist sein Wissen im Verborgenen. Dieses Wissen haben wir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020